Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Nein, wir befinden uns gerade nicht auf einer Rave-Party, sondern irgendwo in einem neuen, unbekannten Gebiet. Und die spucken hier alle, die Mistviecher. Aber irgendwie kann man es auch übertreiben, Leute, ne, wisst ihr. Weniger ist mehr, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sag mal, da spuckt immer noch was. Guck mal. Die blöden Teile, die liegen nur auf dem Boden rum und spucken mich voll. Also da ist doch irgendwas im Wasser. Seht ihr das nicht? Ah! 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 Was bist du? Ja, ja, kannst du machen. Ah! Das ist eine neue Art von Blutegel, oder was? Haben sie gerade erst entdeckt, die Viecher. Ach ja, ihr spuckt wieder alle. Nein, nicht das. Nein. Nein. Was sind das für Teile, sag mal? Ich raff's immer noch nicht so ganz. Sind das Puppen? Also, ich meine, richtige verpuppte Maden oder sowas. Ein Schotel und eine große Zauberwaffe. Ja, sehr schön. Das Schotel, das haut durch die Verteidigung des Gegners durch, die starke Attacke. Hier, das ist so eine gebogene Klinge. Ein einzigartig geschwungenes, äh, ein einzigartig geschwungenes Krummschwert. Der Name seines Herstellers ist unbekannt, aber er muss ein wahrer Meister gewesen sein. Die geschwungene Klinge soll um das Schild des Gegners herumreichen und Schaden verursachen, mit starken Angriffen benutzen. Effekt, Schilddurchdringung, schwerer Angriff. Ja, aber ich halte nichts davon, also ich mag das Ding nicht so gerne. So, und hier große Zauberwaffe. Ein Zauber, mächtiger als Zauberwaffe. Erfüllt die Waffe in der rechten Hand mit intensiver Magie, welche schweren magischen Schaden verursacht. Die alten Puristen der Zauberakademie von Melfia betrachteten den Schwertkampf als barbarische Form der Kampfkunst. Ja, und trotzdem haben sie einen Zauber gemacht. Der hilft, diese barbarische Kampfkunst zu verstärken. La 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 la. Ich wette mit euch, wenn ich in die Löcher reinfalle, bin ich tot. Das wette ich mit euch. Ja, du Mistvieh. Was macht ihr überhaupt? Oh, oh. Ne, war nicht so gut. Ne, war nicht so gut. Was für ein komisches Angriffsmuster die haben, dabei können die gar nichts. Oh, oh, oh. Aber in Verbindung mit diesen verdammten Giftviechern, das ist so nervtötend. Das sieht halt aus wie so ein kleines Manuslarvchen. Ne, wie so ein kleiner Manus, einfach mal. Süß. Ach, guck mal, ne, da kann ich doch drin laufen. Ich will's nicht probieren, Leute. Das ist mir auch zuwider, ehrlich gesagt. Au. Und woher kam das von dem Vieh, was da liegt, diese Statue? Oh, guck mal, Leute, ich find das total lächerlich. Ehrlich gesagt, mit dem Spucken hier. Mal die ganze Zeit. Ah, ja, 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 ist mir so egal, lass mich zurück. Scheiß die Wand an. Alter Schwede. Das bin ich eh schon vergiftet, pfeift drauf. Kommt ihr da einfach raus, der Wurm, guckt's euch an. Ja, ich weiß, ihr seid voll die tollen Teile, dass ihr mich die ganze Zeit bespuckt. Warte mal, da oben geht's auch noch weiter. Komm ich da irgendwie hin? Hier neben irgendwo vielleicht? Geheime Wand. Vielleicht muss ich ja auch durch das Vieh da vorne durch. Ah. Aufhören. Alter, guck mal. Genau ins Auge schießen. Die hören auch nicht mehr auf jetzt, ne? Nein, wir schießen den ganzen Tag. Wir haben nichts Besseres zu tun. Wir schießen nur auf dich. Das interessiert sich gar nicht dafür. Wow. Hat ja so ein bisschen was für die Würmer in Isalit. Ja, guck mal, das ist total wie so eine Muräne. Kommt nur raus, wenn's was zu jagen gibt. Aber macht auch nichts. Ich glaub, das muss man töten, das Vieh. Macht keinen Sinn. Vorsicht, mein Liebchen. Vorsicht. Dankeschön. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Da fliegen mir die Seelen entgegen. Oh, kinder. Ernsthaft jetzt? Das bisher echt bescheuernste Gebiet so ein bisschen. Lebensreste. So. 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 So weiter? Nö. Was sind Lebensreste? Was ist denn das? Ich geh's jetzt einfach mal durch. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Kann das nicht alphabetisch geantwortet? Ja. gesortiert werden, oder was? Hä? Was bin ich jetzt? Lebensreste? Hatte ich die schon mal? Leute, es gibt hier viel zu viel Zeug, ne? Viel zu viel Zeug. Also hier kann es auch nichts von sein. Äh. Oh, was ist das? Ach, die Häftlingslumpen. Ach, ne, hier. Das ist ein Zauber. Lebensreste. Ein esoterischer Zauber von Navlan, dem berüchtigten verbannten Zauberer. Er weckt die Seelen längst vergrabener Toter. Der Ketzer Navlan wurde von seinem gesamten Dorf hingerichtet und die bloße Erwähnung seines Namens galt als Verbrechen. Manche behaupten, er habe die verbotene Kunst der Wiederbelebung vollbringen wollen, äh, zurückbringen wollen. Beschleunige heilige Glocke. Ach seht mal, obwohl Sex reißt, brauchst du die heilige Glocke? Und nichts. Einen Beschleuniger. Guck mal, so geht's viel schneller. Ihr könnt auch nichts, oder? Oh, da spuckt er mich zum Abschluss nochmal an, die Sau. Oh, das ist so eklig, diese Stellen hier. Wenn ich fast giftimmun wäre, wäre es mir eigentlich auch egal, ne? Aber bin ich nicht. Und deswegen muss ich hier alles kaputt hauen. Dann kommen sie wieder, meine Freunde. Ja, 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 komm. Komm jetzt. Komm, Kleiner. Irgendwie sind sie ja putzig. Wie so eine kleine Hand. Ja, ich greif dich. Hier, abstecken. Oh, lässt mal was fallen. Eine große Titanitscherbe. Von den Viechern. Krass. Krass. Das ist krass, dass die sowas fallen lassen. Ah, ich bin wieder lebend. Stein. Das sind so Kackbratsen hier. Verdammte Statuen. Ja, komm. Machst du schön. Aber es sind keine schlimmen Gegner. Und dafür droppen die sowas Gutes. Das finde ich Hammer. Na, kommt ihr raus. Zum Spielen. Zu Papa. Ah. Das sieht aus wie Blut. Wie schwarzes Blut. Diese Pfützen. Schon ganz schön krass. Na, oh. Das brennt ja. Das ist ja cool. Oh, wie gut ist das. Ich kann es mit meinem Feuerschwert entzünden. Ich frage mich aber, was das... Die haben doch bestimmt auch eine Mama oder sowas. Oder irgendein Bruttier, was die ausgebrütet hat. Hallo. Aufhören zu spucken, bitte. Jetzt hört die mal alle an. Oh, aber ich verliere Lebensenergie. Ich sehe es gerade. Oh. Oh, ihr scheiß Viecher. Nein. Es ist ärgerlich. Bling. Guck mal, wie schön es jetzt hier brennt überall. Hier ist es nicht schön. Oh. Heiß. Das wäre so schön, wenn die für immer kaputt blieben, diese Statuen. Aber ich wette mit euch, die sind beim nächsten Mal wieder da. Sind die auch. Das weiß ich. Aha. Die Kiste, die macht schon so einen unheimlichen... Nein, 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 nein. Mach die Kiste nicht kaputt, bitte. Nein. Ich bin so blöd, Leute. Ja, komm. Ich habe meinen verdienten Abfall. Oh. Das war jetzt bestimmt Absicht, weil ich hier mit einer Feuerwaffe rumgerannt bin. Da haben die gewusst. Machen wir jetzt mit Absicht alles fort. Oh, nein. Das ist so lächerlich. Diese Viecher, ne? Oh, oh. Also wird es knapp. So, schön was trinken. Gift, geh weg, bitte. Danke. So, Leute. Ich könnte wetten... Oh, oh, oh. Ich könnte wetten, hier haben wir jetzt endlich einen Boss wieder. Deswegen werde ich mal mein Drangleic-Schwert nutzen. Obwohl ich glaube, dass hier vielleicht Dings besser gewesen wäre, oder? Na, ihr wisst schon. Also, Feuer. Jetzt habe ich das schon fast kaputt gemacht, mein Feuerschwert. Na, komm. Ich gebe mein Bestes. Oh, das ist Boss. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Oh, bist du ein hübsches Vieh. Meine Fresse. Meine Fresse. Der Verkommene. Ja, siehst du auch aus. Oh. Gut, dass du so weit... Okay, Feuer macht ihm wohl nichts. Alter Schwede. Na, komm. Au. Au. Roll doch. Ah, Mann. Ich bin zu langsam. Okay, ich mache ihm so überhaupt keinen Schaden. Natürlich. Wie denn auch. Au. Au. Scheiß. Schwäch, 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 schwäch. Schwäch, 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 schwäch. Oh. Okay, okay. Ich darf nicht durchs Feuer. Das ist schon mal klar. So viel habe ich verstanden. Bringt das wirklich die... Hier. Oh, deine Dinger kaputt. Haha. Magst du nicht, ne? Oh, oh. Alter. Alter. Alter Schwede. Er ist aber auch ganz schön garstig. Ah. Nein, er hat mich. Nö. Alter. Oh, da bringt er... Ja. Ist schön. Ich lebe aber noch. Warum lebe ich denn noch? Okay. Das war jetzt überraschend. Das war jetzt echt überraschend. Au. Oh. Sag mal, ich bin zu dick beladen für das Vieh, glaube ich. So, warte. Nein. Kann ich das bitte mal ausziehen, ohne dass du mich jetzt verhaust? Ist das okay für dich? Aha. Okay, das geht doch schon viel besser hier. Aber ich glaube, ich brauche noch was. So. Machen wir es mal so. Ja, so bin ich doch jetzt viel flotter. Ah, wahrscheinlich habe ich schon zu viel ausgezogen. Oh, oh. Oh, oh. Mach dich nicht unglücklich. Dickerchen. Alter. Oh, nee. Ich renne aber auch in jeden Mist rein von ihm, ne? Hallo, kannst du mir mal bitte aus dem Bild gehen? Dass ich sehe, wo ich hinrenne vor dir. Oh. Oh, Mann. Der ist heftig. Der ist richtig heftig. Eigentlich gar nicht, aber ihr wisst schon. Aber ich glaube, den könnte ich schaffen. Den könnte ich wirklich schaffen, Leute. Ich ziehe mir jetzt mal leichte Klamotten an, dass ich so ein Quickroll vielleicht hinbekomme. Das ist halt hier immer die Sache, ne? Mit dem Rollen und allem. Das ist schon ganz schön... Ganz schöner Mist. Ehrlich gesagt. 33. Ich muss unter 50 bleiben, oder? Oder wie war das? Das ist 45. Das sollte doch machbar sein. Wahrscheinlich kann ich mir noch jemanden zur Hilfe rufen. Ja, 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 ja. Och, Kinder. Ganz ehrlich. Und Scheiß, könnt ihr euch mal wirklich langsam sparen mit dem Vergiften die ganze Zeit. Ja. Oh. Ne, das sind wieder so Aufhalterdinger, Mensch. Sag mal, könnt ihr das nicht weglassen mit dem Vergiften die ganze... Das ist so dumm. Wirklich, Leute, das nervt mich ein bisschen jetzt. Das ist einfach nur dumm, das ist... Ja, komm, lass dem mal so ein paar Stolpersteine in den Weg werfen. Nur, dass er dann nicht runter zum Boss kommt sofort. Das ist doch Quatsch. Ne, ernsthaft, das ist Quatsch. Und ich muss auch bestimmt wieder an diesen Würmern vorbei jetzt. Steine hab ich denn? Warte mal. Ja, komm. Versuchen wir es halt nochmal. Ja, genau das. Das ist so lächerlich. Lächerlich. Na. Ja, dazu schmampft es mich gleich wieder. Leute, das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr. Komm schon. Ich kann zwar schnell durchrennen, aber die... Was? Schwarzer Hexerhut. Achso. Zully, der Hexe. Der Verführerin Alva des Wanderers getragener Huts. Aha. Ja, hat sowas von dem Jurya-Hut. Die kennt ihr ja sicherlich aus Demon's Souls noch, die Hexe. Jurya, die Hexe. Warte mal. Ja, Inventar. Das hat jetzt echt drei Sekunden gedauert. Bis es aufging. So Sachen, ne? So Sachen, Leute. Ach, guck mal. Ich hab ja wieder sechs von diesen Dingern. So, ich nehm mal so ne Frucht. Ich versuch's mal, ob das was taugt. Die Giftresistenz, ne? Ja, ich bin schon wieder vergiftet. Ja, guck mal. Hier haben wir von allen Seiten angerotzt. Es ist so doof. Es ist einfach nur doof. Ja. Dass mich sowas aus der Balance bringt, das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber es tut's halt. Hallo. Ich bin doch komplett unter dir gewesen. Kannst du mal? Danke. Dankeschön. Oh, komm, hier kann ich ne NPC beschwören. Will ich aber nicht. Hahaha. Hey. Ernsthaft? Ernsthaft? So, komm. Schnelle eine Flasche. Kommen die mir jetzt nach, oder was? Ne. Ah. Ne, tut mir leid, Leute. Da werde ich aber grantig, weil sowas finde ich scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Warum macht man sowas? Diese ganzen Spucker, das ist so unnötig. Das ist einfach unnötig und blöde. Brauch ich nicht. Muss man nicht. Ist doof. Will keiner, Leute. Hat euch das keiner gesagt bei Fromm. Als ihr das Spiel gemacht habt. Na komm. Geh mal da rumzirkeln. Heißt es ja, ne? Oh, oh. Nein. Nein. Och, Mann. Bin ich schon tot. Ne, bin ich nicht. Oh, ne. Nicht schon wieder auswringen, Mensch. Du sollst nicht. Ich kann auch nichts gegen machen, ne? Ich bin jetzt schon tot wieder. Naja, so fast. So fast bin ich tot. Alter. Willst du mich jetzt echt zu malmen, oder was? Bin ich uncool von dir. Wahrscheinlich hätte ich hier mit Feuerzaubern viel bessere Chancen. Habe ich aber nicht. Habe ich nicht. Und der ist auch total immun gegen sein eigenes Feuer hier. Weiß ja auch nicht. Das ist kein schöner Boss. Ich meine jetzt so rein optisch, natürlich. Oh, oh, oh. Ne, ne, ne. Mach das nicht. Mach das nicht, Kumpel. Willst du nicht. Mach dich nicht unglücklich, bitte. Oh, was? Er hätte mich eigentlich voll erwischen müssen. Oh, ne, ne. Ne, ne, ne. So, ist schön. Hört ihr das gerade an? Spielt einer Didgeridoo, glaube ich. Oh, ja. Drehen, drehen, drehen. Bringt's hier irgendwie. Wissen wir ja alle. Oh, oh Gott. Immer um den Boss rumzirkeln. Beste. Au. Nein, der ist nicht, Dicker. Mach dich doch nicht unglücklich jedes Mal. Alter, der ist aber auch ganz schön flink wieder dabei, ne. Haut zu und dann ist er schon wieder auf mir drauf. Nein. Oh, komm, ich bin doch weggerollt. Nein. Nicht, nicht knuddeln. Quetschen kannst du jemand anders. Alter, steh auf. Komm, komm, komm. Na. Ach, Leute, soll ich dazu nur was sagen? Ich wollte nicht trinken. Ich hab, ich hab alle Tasten eben gedrückt, während er mich gequetscht hat und wollte eben wegrollen. Dann trinkt er. Muss ich nur was sagen? Komm, einen Versuch mach ich noch in dem Part jetzt. Das ist mir langsam ein bisschen so blöd mit dem Ding hier unten. Der ist schaffbar. Auf jeden Fall ist er beim ersten Mal schaffbar. Aber ich mach wieder Mist. Beziehungsweise die Steuerung macht Mist, weil sie so verzögert ist. Ich sag euch, eben hier am Leuchtfeuer. Ich hab Start gedrückt für das Menü. Und er hat ernsthaft wirklich erst, warte mal, drei Sekunden später das blöde Menü geöffnet. Denke ich mir nicht aus. So, warte mal. Soll ich mir mal drauf was drauf schmieren? Ich weiß es nicht. Ich hab ja nichts mehr. Sehr gut. Ich glaub nicht, dass das dunkle Harz was bringt. Ebenso das faulige. Das ist ja ein Vieh der Dunkelheit. Ja, ja. Ihr seid voll toll. Bin ja wieder vergiftet. Ich hab nur noch elf Steine von ehemals 50.000 wieder. Ja, ja. Das ist voll cool. Lass mich durch. Lass mich durch jetzt. Oh, Kinder. Ja, ja, ja. Ihr seid geil. Ihr seid voll geil drauf. Hallo. Oh, Mann. Immer dieses vergiftet sein. Das ist so ärgerlich. So, das dauert mir zu lange der Spaß. Kann ich irgendwas nehmen noch für dich, dass ich ein bisschen stärker bin? Ich glaub's ja nicht, ne? Oh, komm. Dicker. Feierabend jetzt. Na, komm. Okay, es ist eigentlich schon mal ganz einfach, wenn er diesen Schwing zur Seite macht. Muss ich eigentlich zurück? So, hier kann ich ein bisschen zuschmamschen. Was macht er jetzt? Er kotzt da irgendwas aus. Uh, der kotzt mehr Ter hin, oder wie? Von diesem brennenden Zeug kotzt er da mehr hin. Das ist übel. Das ist echt übel. Nein, warum werde ich dann rumgedrückt? Na, komm. Oh, das war nix. Das war nix. Da hätte ich ausweichen müssen nach hinten. Man sieht es eigentlich schon, was er macht als nächstes. Das ist voll easy. Oh, hier zum Beispiel müsste ich eigentlich rollen. Mach ich aber nicht. Weil ich doof bin. So, Steinchen. Ploppen. In den Kopf rein kloppen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich hab's so gewusst. Einer hat zu viel. Nein. Ach ja, moin. Ach ja, moin. Du hast mich festgehalten mit deinem blöden Arm. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin grad ein bisschen stinkig. Der geht mir grad voll auf die Nerven, der Boss. Beziehungsweise der Weg hier runter. Ach man, ich bin so sauer gerade. Nie, nie, nie. Leute, trotzdem. Ich beende die Folge. Das ist mir grad ein bisschen zu blöde. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir doch gerne ein Like auf die Folge. Mann, Mann, Mann. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Leute. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Wenn's wieder heißt. Dark Souls. Teil 2. Teil 2.